Meine Damen und Herren, unser nächster Preisträger beherrscht die Sprache. Er ist der Meister der Sprache und zwar nicht der Sprache der Worte, sondern auch der Sprache der Musik. Ein hochmusikalischer junger Mann. Er ist mal heiter und mal böse, aber er ist immer elegant. Der Förderpreis der Stadt Mainz zum Deutschen Kleinkunstpreis 2015 geht an Martin Zingsheim. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, ich bekomme diesen wunderbaren Preis vor allem für ein ganz bestimmtes Lied. Das möchte ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten. Das kann ich schon sagen, ist so ein bisschen mein musikalisches Hauptwerk. Das Lied hat einen Titel und der lautet Auch der Kunstmarkt ist ein Markt wie jeder andere, beziehungsweise Kritik an zeitgenössischer Artificialität in vier Sekunden. Kennen Sie schon? Was heißt hier postmodern? Das Bild sieht scheiße aus. Äh, ja. Das war es eigentlich von mir, aber ähm... Gut, man merkt sofort, Sprache ist kompliziert. In Deutschland eh immer. In Deutschland steht auch immer jemand an der Kaffeebude vor einem und sagt sowas wie Ich hätte gern zwei Expressis. Ja, was ist das denn? Deutscher Espressonismus? Ich weiß nicht. Letztens, er war ein Typ in Köln. Er wollte eine Frau ansprechen und er sagt Ey Perle. Sagt sie wie Ey Muschel, Klappe zu. Also man muss halt auch, ähm... Muss auch aufpassen, dass... Ich ging auch letztens am Kindergarten vorbei. Ich gehe am Kindergarten vorbei, plötzlich spricht mich, ich gehe am Zaun, plötzlich spricht mich eine Stimme durch den Elektrozaun, spricht mich eine Stimme an Und sagt wortwörtlich, eh, eh, hallo du Kackmann Und ich dachte, toll, hier muss ich mein Kind nicht anmelden Wenn das Personal schon so spricht, also häufig ist, äh, wirklich Sprache, das... Man sollte sich auch nicht nur beschweren, da steht immer einer in Deutschland und sagt sowas wie Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht? Kann man ja auch positiv formulieren Kann man sagen, Deutschland, komm, tagsüber geht's Ja, merken Sie auch, da ist so ein bisschen andere... Andere Begeisterung Sprache kann auch eine Lösung sein Aber sprachlich gesehen Glück im Unglück Denn ein Gericht hat später geurteilt, es handelte sich gar nicht um Rassendiskriminierung Sondern um eine, Zitat, fremdenfeindlich motivierte Ehrverletzung Da war der sicher beruhigt Einigkeit und Recht und Freiheit Einigkeit und Recht und... Macht die Reihenfolge sie gar nicht stutzig? Nö, okay, ja, äh, nee, es war eine Frage Viele halten auch ganz Europa für ein sprachliches Problem Irgendwann werden dann in Europa die ganz kulturellen Unterschiede total verschwinden Aber Deutschland ist doch ein gutes Gegenbeispiel Fahren Sie mal mit jemandem aus dem hohen Norden Mit verbundenen Augen runter ins Hallertausche nirgendwo südlich von Ingolstadt Dann sollte er da versuchen mit den Eingeborenen zu kommunizieren Moin Servus Moin Servus Moin Moin Und beide denken wahrscheinlich gleichzeitig Ach guck mal, ein Rumäne Und man sollte auch nicht kulturpessimistisch sein Ein Blick auf die Statistik hilft da auch In Deutschland gehen tatsächlich jede Woche mehr Menschen in ein Museum als in ein Fußballstadion Alle so Ich war es nicht Ja Okay Es geht gar nicht so sehr um Zahlen und Fakten Es geht eher um Wahrnehmung dann wahrscheinlich Ist ja auch klar Die Korthosen verseuchten Museumsfuzzis sind natürlich im Hauptbahnhof jetzt nicht halb so verhaltensauffällig wie ein Bier getränkter Block Hooligans Das könnte man auch mal ändern Die Trantüten mit den impressionistischen Ausstellungskatalogen die könnten mal ein bisschen Stimmung machen Schon wenn die ankommen am Bahnhof Die brauchen dann auch so einen promovierten Einheizer Wir gucken uns heute Bilder an von Caspar, David und alle so Friedrich Warum denn nicht? Die Venus von Botticelli Die blaue Phase von Pablo Pizarro Und dann eskortiert von zwei Hundertschaften gehen die ab ins wahrer Frischheitsmuseum Allerdings Wir stecken dann natürlich auch die ganzen arbeitslosen Geisteswissenschaftler als Radiokommentatoren ins Stadion Herzlich willkommen liebe Zuhörer und Zuhörer, liebe Männer, liebe Frauen, liebe Transsexuelle, liebe Transgender, Genderbänder und Genderbänderinnen Hier Schon zu Beginn ein Doppelpass zwischen Hummels und Reuss Ein Pass durch dessen Verkörperung einer transpersonalen Geworfenheit Die Existenzkrise des Subjekts, also die topologische Tautologie postmoderner Referentialität Als performativ mimetischer Hybris Diskurse, man nennt, vergegenwärtigt wird Spiel gelaufen nach einem Satz Aber zeitgleich in der Van Gogh Ausstellung Man könnte auch weitere Bereiche der Kultur durch Fußball retten, bestimmt Auch Religion Die Christen könnten auch ein bisschen mehr Stimmung vertragen Man liebste dann auch die Gottesdienste zukünftig von emeritierten Stadionsprechern leiten Wir sind ja alle zusammengekommen und beten zu Jesus und alle so Christus Und durch wessen Schuld? Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld Und das Ich glaube einige probieren es nächste Woche aus Wenn ich hier Wir setzen dann natürlich auch dann die ganzen Priester, Kapläne und Weihbischöfe auch ans Stadionmikrofon Das wird auch Wir sind ja alle in seinem Namen versammelt Um nun seiner Barm im Abstiegskampf anzurufen Christiano und alle so Ronaldo Ich glaube schon aber, dass das Durchaus interessant werden könnte Kultur ist ja eigentlich alles, oder? Die Freakiesten Sachen Ich bin auch, ich bin seit März letzten Jahres Ich bin versuchsweise Veganer und Okay, die Stimmung ist weg Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter Seit kurzem, seit einem halben Jahr haben wir einen eigenen Garten Früher dachte ich auch, das ist ein bisschen spießig Rasenmähen, Sträucher stutzen Fahnenmast vom Nachbarn ansägen, aber In mir hat unser Garten noch was ganz anderes ausgelöst Nämlich so eine anarchistische Agitation Theoretisch theoretisch, ich könnte jetzt alles selber machen Ich werde dann unabhängig von Industrie und Wirtschaft Ich nenne die denn auch nur die Verbrecher Ich sehe mich schon in meinen kühnsten Träumen Und dann sehe ich mich auf meinem 40 Hektoliter Land stehen Und dann rufe ich jeden Morgen vom Balkon runter Die können mich alle mal Ich pflanze meine Kartoffeln jetzt selber an Und zwar 5, mh lecker Wenn mich tatsächlich Hunger plagt Muss ich halt doch mal in den Supermarkt Wie peinlich, mh Für mich als Selbstversorger Ich pflanze Radieschen in Form von einem Mandala Und sogar Kerbel, mh Keine Ahnung, was das ist Doch ich schaff das alles schon auf meinem Balkon Ich bin Selbstversorger Ich hab heimlich nachts im Stadtwald Nen Quittenbaum gepflanzt, Juchi In vier Jahren komm ich ernten Koch die ganze Scheiße Ein, zwei Gläser Quittengelee, mh Ich bin Selbstversorger Und die können mich alle mal Die ganze Nahrungsindustrie und ihre Helfershelfer Auf der Dachterrasse meint, was Marti fällt Vergiften kann ich mir auch selber, mh Und tatsächlich, das geht voll flott Aus Erdbeeren wird Kompott Muss einfach 14 Tage stehen lassen, mh Ich bin Selbstversorger Mein Hokkaido produziert längst Überschüss Ich könnte die halbe Straße mitversorgen Aber keiner mach hier Kürbis, mh Ich auch nicht Man muss halt fressen, was in diesem breiten Graf Ich kann mich nicht stören, mh Kann man so viel Gutes draus machen Zum Beispiel dieses fiese Möhrengemüse Ich bin Selbstversorger Und wem das nicht passt, der kriecht halt auf Die Kresse Ich bin Selbstversorger Nachts, wenn alle schlafen, back ich Brot Aus Dinkel und aus Hirsebrötchen Aber niemals helle Weiße Denn die von Kramps und Backwerk können mich mal Mein Vollkornbrot schmeckt eins zu eins für wahr Genauso scheiße Dankeschön Dankeschön Danke Danke